Herr Professor Galler, danke, dass Sie bei uns sind im Close-up. Sie sind Vorstand des Lehrstuhls für Geotechnik und Tunnelbau an der Montanuni Leoben, wo Sie selbst ja auch studiert haben, und zwar Bergwesen mit der Spezialisierung konstruktiver Tiefbau-Tunnelbau. Wie kommt man als 18-Jähriger auf dieses Studium, warum interessiert man sich da so für das Innere der Erde? Naja, das Interesse am Tunnelbau ist bei mir sehr früh geweckt worden, und zwar schon in der Zeit, als ich in die HTL ging, weil hier in Bruck an der Moor der Tunnel Bruck und die Umfahrung Oberaich gebaut worden ist, und ich als Schüler der Grazer HTL damals zufälligerweise bei diesen Baustellen vorbeigekommen bin und bei der Tür angeklopft habe und zufälligerweise den damaligen Firmenchef Stettin getroffen habe, der mir dort die Arbeit angeboten hat. Und die war derartig faszinierend, mit damals 15 Jahren, dass ich mir gedacht habe, das muss ich irgendwo vertiefen, das muss ich studieren können. Und dann war die Suche nach einer richtigen Universität, und die gab es in Leoben. Eine spannende Geschichte, dass man als 15-Jähriger dort hingeht, den Firmenchef höchstpersönlich antrifft. Also schon ein bisschen so zur rechten Zeit am rechten Ort, das Leben wurde damals gelenkt, oder? Das ist so. Ich denke, das ganze Leben ist Zufall und Glück. Ich hatte das Glück, genau den Firmenchef zu treffen, und der hat entschieden, den jungen Mann nehme ich, der kann es mal probieren, habe mir die Arbeit angeboten, ich habe sie angenommen, und das war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Sie sind jetzt wieder an der Uni, Sie haben eine Professur an der Montanen Universität Leoben, aber Sie waren auch inzwischen ein bisschen woanders. Wo waren Ihre beruflichen Stationen? Na ja, während der Studienzeit, während der Schulzeit und der Studienzeit, habe ich zehn Jahre bei Österstedt-Inn verbracht, auf verschiedensten Baustellen. Damals wurde nach dem Tunnel Brugg, der Tunnel Eselstein, die S6 Richtung Wien gebaut. Noch nicht die drei Semmering-Tunnel, aber doch zwischen dieser sogenannten Bröselbrücke, der Eselstein- und der Grasbergtunnel, danach der Langener Tunnel in Vorarlberg draußen, und einige dieser Straßentunnel, der Eisenbahntunnel, waren noch nicht zugegen. Und nach dem Studium dachte ich, ich werde wohl bei dieser Baufirma beginnen. Das Leben kam wieder anders, es wurde mir eine Assistentenstelle angeboten, ein Doktorat zu machen auf dem Sektor der Tunnelbohrmaschinen, für Österreich damals noch einigermaßen ein neues Thema. Und nach diesem Abschluss der Dissertation wurde oder habe ich die Möglichkeit bekommen, zur Geokonsult zu gehen. Das ist ein Ingenieurbüro, das weltweit tätig ist, von Salzburg Hauptsitz bis Singapur, Indien, Pakistan, überall in der Welt die Sitze. Und da mich Reisen schon immer fasziniert haben, war das genau die richtige Firma für mich. Das klingt jetzt durchaus spannend, wenn man sich so den Tunnelbau vorstellt, ist es eher Pfad für den Laien, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, es ist alles andere als Pfad. Es ist schon ein sehr lebendiger Job, oder? Es ist alles andere als Pfad. Das können Sie daran erkennen, dass ich überhaupt niemanden kenne, der jemals im Tunnel gearbeitet hat, der dieses Fachgebiet jemals wieder verlassen hat. Da muss also schon eine Faszination drinstecken, nicht nur für mich. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind der erste Mensch, der an einen Ort dieser Erdkruste gelangt, wo noch niemand war. Und das hat was Faszinierendes. Ich würde mir nicht anpassen, es wirklich mit dem Medizinberuf zu vergleichen, aber es ist ähnlich. Sie treffen als Mediziner wahrscheinlich auch jeden Tag Leute, die etwas anderes haben. Keiner ist gleich wie der andere. So ist es bei uns im Berg. Jeder Meter ist anders und sie wissen heute nicht, was morgen ist. Und das ist eine spannende Herausforderung. Dazu braucht es natürlich viel Wissen und gerade die Österreicher sind da ja Experten auf diesem Gebiet, kann man sagen. Es gibt ja die neue österreichische Tunnelmethode. Die U-Bahnen in Washington, Sao Paulo, Athen, München, Wien sind alle nach dieser Methode gebaut worden. Was ist das Besondere daran? Na ja, das Besondere an dieser Methode ist, dass wir versuchen, das Gebirge zu spüren. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wir haben Messtechnologien entwickelt, mit denen wir beim Gebirge messen, was tun wir dem Gebirge mit dieser und jener Methode an. Ich mag es wieder vergleichen mit dem Medizinberuf. Wenn Sie zum Arzt gehen, dann ist es ja auch nicht so, dass die nächsten drei, die im Wartesaal sitzen, alle das gleiche Medikament bekommen. So machen wir das im Gebirge auch nicht so. Wir verschreiben also dem Gebirge jeden Tag eine neue Medizin und schauen mit unserer Messtechnik, wie reagiert das Gebirge auf unsere Methode. Und das ist das Geheimnis der NRTM. Andere bohren und sprengen und bauen aus und beachten nicht, was das Gebirge macht. Und wir versuchen, das Gebirge messtechnisch zu erfassen und jeden Tag die neue Medizin zu verschreiben. Ist jetzt eigentlich eine schöne Wertschätzung auch an die Natur, oder? Es ist so. Es ist das Gebirge zu spüren. Wer diesen Gedanken richtig aufgenommen hat und umsetzt auf der Baustelle, der hat Tunnelbau verstanden, sage ich immer. Der, der glaubt, wir können hier bohren, sprengen und dann Spritzbeton aufbringen und das war's, der hat nicht verstanden, um was es geht. Wenn man sich jetzt für das Studium entschließt, nehme ich an, ein Job ist garantiert, oder? Ein Job ist zurzeit auf jeden Fall garantiert. Die Jobs gehen immer auf und ab, aber seitdem ich in diesem Feld tätig bin, ging es immer nur aufwärts. Ich kenne niemanden, der nach einem Job sucht zurzeit. Also wir bauen so viele Tunnel und es werden immer mehr, auch wenn man glaubt, naja, wenn der Semmering und der Kolmer mehr gebaut sind, dann wird's vorbei sein. Aber fahren Sie mal in die asiatischen Länder, jetzt gerade nach China oder nach Indien, alles Megastädte, die noch keine Untertageinfrastruktur haben. Der Tunnelbau ist ja mehr wie nur der Verkehrstunnelbau. Der Tunnelbau ist ja der Kanalbau, ist der Bau von Wasserleitungen. Mumbai zum Beispiel hat 60 Kilometer Wasserleitung jetzt gebraucht, weil diese Millionenstadt natürlich auch gerne eine Wasserversorgung hätte. Das sind die Kanalanlagen, die wir in Wien schon jahrelang haben. Das sind die Wasserkraftwerke im Hochgebirge. Wir wollen alle Energie. Also Tunnelbau ist weit mehr wie Infrastrukturbau. Also absolut ein reichhaltiges Tätigkeitsfeld. Absolut, absolut. Ihr Tätigkeitsfeld ist ja auch recht umtriebig, kann man fast sagen. Profesur an der Uni in Leoben, eine Gastprofesur an der DU Graz und Sie sind auch Projektleiter vom Zentrum am Berg. Mit diesem Zentrum am Berg ist da ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen? Das kann man genau so sagen. Als ich nach Leoben kam, habe ich dem damaligen Rektor gesagt, ich brauche ein Labor. Er hat gemeint, ja, wir können ein Labor errichten in der Stadt. Das haben wir dann auch gemacht. Gemeinsam mit den anderen Geowissenschaften. Erdöl war ja auch auf der Suche nach einem Platz eines Labors. Nur war das nicht ganz noch mein Gedanke nach einem Labor, weil ich gemeint habe, ich brauche etwas, um real die Studenten im Tunnelbau ausbilden zu können. Das kann ich nicht in einem Haus in der Stadt machen. Wir können keine Sprengversuche mitten in der Stadt durchführen etc. Also ich habe ein Labor gesucht, das im Wesentlichen echte Tunnel sind und wir sind nach kurzer Zeit fündig geworden in Eisenherz. Vor der Haustür. Vor der Haustür mit 30 Kilometer Entfernung von unserer Universität, aber auch nicht weit weg von der TU Graz und auch nicht so weit weg von der TU Wien. Im Verband der TU Austria, denke ich, können wir diesen Platz, dieses Labors, echte Tunnel gut nützen. Was sind die konkreten Forschungsthemen? Die Forschungsthemen reichen von dem Vortrieb, den wir als österreichische Tunnelbauweise schon kurz besprochen haben, bis hin zur Ausrüstung. Sie hören heute in den Medien, wir denken an autonomes Fahren beispielsweise. Wir wollen also Fahrzeuge automatisch durch die Straßen ziehen. Aus meiner Sicht müsste man insbesondere im Tunnel beginnen, weil Unfälle im Tunnel eine besondere Auswirkung haben. Also die Fahrzeuge einmal vollautonom durch den Tunnel durchzuziehen, das wäre wirklich ein Herzenswunsch, auch meiner, um diese Unfallmeldungen irgendwann wirklich von der Zeitung draußen zu haben. Es gibt ja auch bereits viele Firmen, die sich interessieren, um dort Forschungen durchzuführen. Ist das richtig? Das ist so. Wir haben 50 LOCs von den Firmen erhalten mit ganz verschiedenen Themen. Im Rahmen der Befragung mit den Firmen bin ich auch draufgekommen, wie viele Themen es gibt, die ich gar nicht kannte, die man unter Tage noch weiterführen muss. Das betrifft insbesondere die Ausrüstung der Tunnelbauwerke. Ich beschäftige mich ja mehr mit dem Herstellen des Tunnelbauwerkes, weniger mit der ganzen elektrischen Ausrüstung, mit der Thematik, dass zum Beispiel ihr Handy vielleicht doch nicht ausfallen sollte im Tunnelbau. Aber das sind natürlich auch Themen, die einmal weitergetrieben werden müssen. Jetzt sind Sie fasziniert von dem Leben quasi unter Tag. Braucht es aber trotzdem einen besonders starken Charakter, wenn man da immer so, ja, dass man nicht erdrückt wird quasi? Das würde ich nicht so sehen. Die Faszination überwiegt. Also es gibt natürlich Leute, die an Klaustrophobie leiden. Für die wird vielleicht der Tunnelbau, da wird vielleicht die Faszination auch nicht ausreichen. Für mich war das nie ein Thema. Die Faszination ist so groß, dass mich das Thema, ob es da eng ist oder nicht, nicht berührt. Kein Thema. Kein Thema. Also meine Angst darf man sowieso nicht haben. Man hört ja auch immer wieder von Unfällen unter Tag. Aber ja, auch wenn ich mich heute ins Auto setze, ich weiß, es passieren Unfälle. Also das blendet man ja auch völlig aus. Jeden Tag sind Sie Gefahren ausgesetzt. Sie könnten es auch einmal positiv sehen und sagen, unter Tage bin ich unabhängig von jeglichen Wetterbedingungen. Wurscht, ob es draußen kalt oder warm oder heiß ist, unter Tage habe ich immer das gleiche angenehme Klima. Und wie ist das Klima da? Ja, das Klima ist vielleicht unterschiedlich, je nach Tunnelprojekt. Aber beim Brenner Basistunnel erwartet man bis zu 55 Grad Gebirgstemperatur und auch hohe Wassertemperaturen. Im normalen Berg, am Erzberg beispielsweise, hat es ungefähr 8 Grad. Aber das konstant. Da kann man sich einstellen. Könnte man sich einstellen drauf. Wenn Sie jetzt so viel unterwegs sind, wo finden Sie, wenn überhaupt Zeit bleibt, für Ihren Ausgleich privater Natur? Ja, privater Natur ist es so, dass ich meine Familie hier in Bruck an der Mur habe. Den Ausgleich verbringe ich nicht mit Reisen, weil die mache ich eh beruflich. Für mich ist Bruck an der Mur die ideale Stadt zum Entspannen. Sie hat wunderschöne Wanderwege auf beiden Seiten der Stadt, die ich noch als kalte Quelle und den Grecker in Erinnerung habe und den ich gerne nutze. Und dort bewege ich mich auch im Urlaub im Sommer. Sie sind unser erster Gast im Jahr 2017. Das Jahr ist also noch jung. Was wünschen Sie sich von dem neuen Jahr? Ich wünsche mir eigentlich, dass es so weitergeht, wie es bisher war. Also es kann eigentlich, Sie wissen ja, wenn man ganz oben ist, dann kann es ja oft nur mehr bergab gehen. Wir sind ganz oben. Wir haben sehr gute Studierende. Wir haben das Zentrum am Berg im Bau. Wir haben extrem spannende Forschungsprojekte. Ich wurde zum Österreicher des Jahres gewählt im Jahr 2016. Was will man mehr? Also das zu halten, was wir im Jahr 2016 erreicht haben, das ist schon eine große Herausforderung. Danke für das interessante Gespräch. Es hat ein wirklich ganz anderes Licht in den Tunnelbau für mich persönlich gebracht. Sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.